Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Hagen im Tal der Nibelungen, einen Film, der beweisen möchte, dass das deutsche Kino mehr kann als Kinderfilm und Betroffenheits-Kitsch. Ob das wirklich so ist, wir werden es herausfinden. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist mein Waffengefährte, der Drachentöter vom Tele-Stammtisch, der Timo. Hallo Timo. Sagt, liebes Publikum, dürstet euch nach Rache oder nach Lust. Offenbart es. Oh, tschüss, mein Mittloch-Deutsch ist eingerostet. Hallo erstmal. Hallo. Timo, wir beide konnten uns den Film vorab ansehen, der jetzt am 17. Oktober in den deutschen Kino startet und es soll ja auch im nächsten Jahr, vermutlich im Frühjahr, auch eine Art Serienadaption dann auf RTL Plus, dem Streaming-Dienst, zu sehen sein. Hast du im Vorfeld so richtig verstanden, was die damit vorhaben, wie das aufgebaut ist? Weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß bis jetzt immer noch nicht so richtig, was soll das? Ist diese Serie eine Art Zusatz? Ist das die erweiterte Fassung des Spielfilms jetzt oder weißt du da mehr? Ich glaube, aus der Erfahrung dieser Konstantin-Oliver-Berben-Produktionen ableiten zu können, dass das ja schon häufiger gemacht wurde. Es gibt von der Untergang eine TV-Fassung mit verlängerten Szenen. Es gibt vom Bader-Meinhof-Komplex eine verlängerte Fassung. Es gibt von die Päpsten, heißt er glaube ich, eine verlängerte Fassung. Und ich glaube, hier ist es halt genauso, nur hat sich natürlich der Markt so verändert, dass man jetzt keine TV-Fassung macht, sondern das bei der neuen Stefan-Rab-Heimat RTL Plus als Streaming-Serie rausbringen möchte. Und ich glaube, das kann man jetzt schon mal vorab sagen, der Stoff gibt ja auch definitiv etwas her für eine Miniserie. Gehe ich mal zumindest voraus, dass es eine Miniserie sein wird. Es stellt sich mir nur halt die Frage, warum wir ähnlich wie bei Napoleon vor kurzem schon vorab so viel wissen, dass es auf jeden Fall eine erweiterte Fassung als Serie gibt. Ich finde das eher ungeschickt fürs Marketing. Ja, vor allem, weil sie es auch nicht wirklich richtig gut ausformulieren, finde ich. Also ich weiß noch, bei unserer Sichtung, wir standen da und haben dann die Pressebetreuung gefragt, wie ist das jetzt? Wir haben gehört, da gibt es eine Serie, ist das eine Art Fortsetzung, ein Prequel, ist das eine Erweiterung? Und die wusste es selbst auch nicht. Und ich finde, wenn du halt das schon so machst, dann musst du es auch richtig ausformulieren. Ja, und ich glaube, dadurch, dass, also ich glaube, niemand, der jetzt irgendwie mal in der Schule gesessen hat und oder danach vielleicht Literatur studiert hat, der wird ja mit den Lieblungen so gar nichts anfangen können. Es gibt ja so ein paar Dinge, die man so in der, die sich so quasi in den Volksmund hineingerettet hat, ähnlich wie beim Faust. Aber dann kommen wir hier zu einer Schwierigkeit, die dann natürlich diese doppelte Neuinterpretation ausmacht. Und da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs so ein bisschen unser Feilbeil drüber fallen lassen. Sagt man, glaube ich, so. Ja, glaube ich auch. Wobei, was ja ganz interessant ist, das wird immer so ein bisschen vergessen, es ist ja quasi eine Romanverfügung, nämlich von Fantasy-Veteran Wolfgang Holbein, der, glaube ich, ähnlich produktiv ist wie Stephen King. Ich habe von dem Werten her, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nichts gelesen. Aber ich weiß halt, wenn man in eine Buchhandlung geht und nach Holbein fragt, dann wird man damit totgeworfen. Und der hat vor ein paar Jahren halt eben diesen Hagen-Roman geschrieben, wo es halt eben darum geht, dass diese sehr wichtige, sehr essentielle, aber auch sehr böse Figur aus dem Lied der Nibelungen halt eben ein bisschen umgetextet wurde. Hast du den Roman gelesen? Den Holbein kenne ich nicht. Erstmal aber wollte ich dir gratulieren für den guten Gag. Ich wurde mit einem Holbein in der Buchhandlung erschlagen. Das fand ich also handwerklich sauber. Danke. Aber ich kenne durch, man hat es ja schon gehört, ich habe Deutsch studiert und habe da auch Mittelhochdeutsch machen, fügen sie das Modalwerb ihrer Wahl ein. Viele würden sagen können oder dürfen, ich würde ja sagen müssen. Und da kommst du an dem Nibelungenlied nicht vorbei. Ich habe mir tatsächlich für die, das ist ja schon ein paar Wochen her, dass wir den gesehen haben, für die Hinfahrt der Pressevorführung habe ich mir nochmal das Lied 1 vorgenommen. Das ist ein zweibändiges Ding mit deutscher und mittelhochdeutscher Fassung. Und dann habe ich natürlich die Neuhochdeutsche gelesen, ist ja klar. Weil dieses Minfruwe lewe du und das ist schon lustig genug, da brauche ich nicht noch die, also da habe ich lieber zur Ersetzung gegriffen. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem, was du jetzt gesehen hast, also wie weit ist das weg von der Vorlage oder von der wirklich der ursprünglichen Vorlage, das Lied der Nibelungen? Es geht so. Ich finde, dass dieses Nibelungenlied, also das Original in Anführungsstrichen, auf jeden Fall, es wurde ja glaube ich auch schon mal von Fritz Lang vor über 100 Jahren verfilmt, der sich auch ein paar Freiheiten genommen hat, muss man da an der Stelle sagen. Aber ich finde, das ist so vom Stoff her richtig gute Verfilmbarkeit, also da ist richtig gute Verfilmbarkeit drin. Da sind gute Themen drin und klassische Themen, Verrat, Treue, Nibelungentreue ist ja auch nicht umsonst ein mittlerweile geflügelter Begriff. Deswegen fand ich das schon ganz interessant, als ich auch die ersten Trailer sah zu dem Film. Muss ich irgendwann mal in der Nicht-Presse-Verführung gemacht haben, weiß ich die mehr? Ich glaube bei, ist egal. Und da war ich schon so von den Bildern angetan, dann sieht man da die Besetzung mit diesem Shootingstar, weiß ich, ob er das überhaupt noch ist, diesem Jannis Niewöhner, den ja auch viele sehr hart abfeiern, den wir auch in Napoleon vor kurzem gesehen haben. Dann waren da so ein paar bekannte Namen, Jörg Striebel dabei, Jörg Hartmann, der ja nun als Dortmunder Tatortkommissar spätestens mal auf der Bildfläche war oder vor kurzem jetzt in Sonne und Beton da den Vater von der Hauptfigur gespielt hat. Also da ist so von der Besetzung her ganz coole, sind da ganz coole Leute dabei. Deswegen war ich, jetzt sage ich nicht trotz deutscher Produktion, ist ja eher eine deutsch-internationale Produktion. Ich habe da ja nichts gegen, deswegen fand ich das schon ganz interessant. Ja, also ich habe auch den Trailer gesehen. Ich wusste, dass so ein Nibelungenprojekt in der Mache ist und habe das aber so ein bisschen ja nicht wirklich so wahrgenommen. Und dann kam der Trailer und ich dachte, okay, das sieht gut aus. Das sieht vielversprechend aus. Das sieht aus, als ob da ein Film im Anmarsch ist, der nicht versucht, ja, das obligatorische deutsche Kino abzuhaken. Also ich will sagen halt Betroffenheits-Kitsch, DDR, Nazis, Beziehungskomödie, sondern wirklich versucht, hey, wir versuchen dir jetzt hier einen Fantasy-Film auf die Beine zu stellen. Und das hat mir zumindest, als ich den Trailer gesehen habe, imponiert. Und ich fand es auch sehr interessant, wer Regie führt. Nämlich ist sein Duo, Philipp Stennert und Cyril Boss. Das mag den meisten von euch jetzt nichts sagen, aber ich kann so viel sagen, die beiden haben Neues vom Wichser gedreht und den Jerry-Cotten-Film mit Christian Ulm und Christian Tramnitz war. Das sind, gerade der Jerry-Cotten-Film ist jetzt, würde ich sagen, kein herausragendes Werk. Aber sie haben halt wirklich bewiesen, sie können Kinoästhetik. Und da war ich dann schon wirklich überrascht, oder nicht überrascht, aber schon wohlgesonnen, was mich da jetzt bei Hagen im Tal der Nibelungen erwartet. Und bei mir kommt noch hinzu, ich habe jetzt nicht wie du studiert, aber ich bin auch nicht wirklich vertraut mit den Nibelungen. Aber ich weiß noch, dass ich als Kind mir das gerne erzählt habe lassen von älteren Herrschaften meistens, die das natürlich auch mal ein bisschen ausgeschmückt haben. Aber ich weiß noch, dass ich diese ganze Geschichte mit dem Lindenblatt, mit dem Drachen, mit Alberich und so weiter und so fort, wirklich hochgradig spannend fand. Und es gab in den 60er Jahren, meine ich, auch so einen Mehrteilabfund. Ich glaube, Harald Reinl war, glaube ich, der Registrier. Kann gut sein. Also ich habe jetzt das nicht nochmal recherchiert, aber das klingt sehr vertraut. Ja, und die habe ich als Kind gesehen und fand die natürlich ganz, ganz großartig, bis man dann solche Sachen gesehen hat wie Dragonheart und natürlich dann später der Herr der Ringe. Dann war es sich mir ganz so großartig. Aber, was ich damit sagen will, beim langen Monolog, ich finde halt die Vorlage, wie du auch gesagt hast, ist eigentlich ziemlich cool, um sowas umzusetzen. Da hast du nämlich alle Sachen drin. Du hast Drachen, du hast Helden, du hast Thematiken wie die Unsterblichkeit, du hast Liebe, du hast Intrige, du hast alles drin, quasi Game of Thrones auf deutschem Boden. Ja. Klingt auf dem Papier einfach wie so eine Traumvorlage, dass man mit ein paar Jahren Verzögerung, ist ja auch vielleicht typisch deutsch, dass man nicht denkt so, warte, Game of Thrones, warte, haben wir da irgendwie einen Stoff? Drei Jahre später Einblendung. Ja, wir haben den Stoff, wir haben ihn gefunden. Lass mal verfilmen. Also, sagen wir mal so, Timing ist jetzt nicht die größte Stärke, wobei er jetzt im Herbst erscheint. Das ist, finde ich, ja so eine klassische Fantasy-Lese wie auch Guckzeit. Aber es hätte vielleicht etwas schneller vom Timing her gehen können. House of the Dragon ist zwar gerade auf der Tagesordnung gewesen, aber auch schon wieder. Aber ich sage mal so, dieser große Fantasy-Hype ist ja in den letzten Jahren doch so ein bisschen abgeebbt. Und man sucht ja irgendwie den nächsten Harry Potter oder den nächsten Herr der Ringe Stoff und wird nicht so ganz fündig. Zumindest nicht im Kino. Ich hoffe nur nicht, dass Leute glauben, das ist so eine Art Fortsetzung von Rheingold, diesen Fatih-Arkin-Film. Das wäre dann amüsant. Wo ist Chatar? Wo ist mein Bruder? Ich sage dir aber, Chatar, der hätte hier am Hofe der Burgunde aber ordentlich mal aufgeräumt. Das kann ich auch mal sagen. Also der Rap-Battle am Hof, der wäre auf jeden Fall krass gewesen. Ja. Sagen die Kids, glaube ich, so. Ja. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen rumgeredet. Jetzt aber mal wirklich zum Film an sich. Und da fangen wir einfach mal an, dass du, lieber Timo, unserer werten Zuhörerschaft mal sagst, Hagen im Tal der Nibelung. Worum geht es eigentlich? Ja, wir begleiten den titelgebenden Hagen von Tronje, der erste Waffenmeister am mitleidlichen Hof im Hause von Burgund. Kennt man vom Schinken, meine lieben Kulinarier und Rainer Kallmund. Grüße. Und der ist sehr loyal und hat einen sehr eisernen Kampfeswillen. Und der versucht dieses doch eher kleine Königreich gegen seine Feinde zu schützen und tut das quasi fast ein bisschen im Alleingang. Und er hat ein wenig Gefühle für die Königstochter Krimhild. Die kennt man ja wahrscheinlich auch. Deswegen versucht er so ein bisschen, diese im Zaume zu halten. Ja, und verdrängt das Ganze ein bisschen. Kann aber nicht verhindern, dass sein, ja, wie gesagt, sehr treu ergeben, oder er ist ihm sehr treu ergeben, der König Dankrat, der gespielt ist von dem erwähnten Jörg Hartmann. Den Tod kann er nicht verhindern und deswegen plagen ihn Schuldgefühle. Es kommt dann irgendwann dazu, dass im Zuge des üblichen Nachfolgestreites oder Zwists der Sohnemann Gunther die Krone übernimmt und eigentlich weiß Hagen, dass ohne Hilfe das umliegende Königreich oder die umliegenden Feinde das Königreich über kurz oder lang wahrscheinlich besiegen werden. Dann tritt aber Gott sei Dank der allseits beliebte Sigrid von Zanten auf, der sogenannte berühmte Drachentöter. Und ja, der erscheint mit seinem Gefolge am Hofe in Burgund und man versucht ihn quasi als eine Art Söldner zu verpflichten. Das gelingt auch, allerdings ist der Preis dafür, und da kommt Hagen schon das erste Mal ein bisschen in Gewissensbisse und in einen Gewissenskonflikt, die Hand der Tochter Krimhild. Und da entspinnt sich ein Intrigen-Fantasy-Wirrwarr, wirrwarr nicht böse gemeint, in dem es nachher auch um so eine Art nordische Sirenen gehen wird und um sehr viele Dinge, die mal sehr gut aussehen und mal weniger gut. Und da kommen wir im Laufe dieses Cast zu. Vielen Dank. Ich war vom Trailer vor allem durch eine Szene angehuckt, nämlich die, in der man Siegfried sieht, blutgebadet, hier nach hinten guckt und dann sieht man nur so im Hintergrund so diesen Kadaver, dieses Drachen. Und ich dachte mir, sieht geil aus. Das ist ein geiles Bild. Dieser Typ, der einfach nur wirklich blutbesudelt ist, nackt, ja. Und im Hintergrund der Drache. Ich dachte, okay, mit diesem Bild habt ihr mich. Ich will ehrlich sein, das ist der Hauptgrund, warum ich Bock auf diesen Film hatte. Blutnackt, bin ich ja bei Terrifier 2 oder was? Ist so, ist so. Also Terrifier, ach bitte, bitte, Arte Klauen oder Siegfried, ganz klar Siegfried, aber bitte, sowas von. Aber mir wurde relativ schnell klar, dass Hagen im Teil der Nebelungen nicht das Fantasy-Werk ist, was ich mir versprochen habe. Oder wo ich glaube, dass der Trailer es mir versprochen hat. Und das hat, es tat ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich dachte so, wenn dir irgendwann bewusst wird, du willst Pfannkuchen haben, dann wird dir klar, ah scheiße, es gibt doch Schnitzel. Auf der anderen Seite, lieber Schnitzel als Pfannkuchen, das war jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe ihn verstanden und ich habe es tatsächlich auch die erste Stunde gefühlt. Also ich gucke mittlerweile berufsbedingt in Kinovorführungen auf die Uhr, um mal zu gucken, so wie lange dauerte denn das und das, um das in einer Besprechung dann einfließen zu lassen. Und ich dachte so, ebenso wie du, ey, die Trailer-Bilder sahen relativ gut aus. Wo sind die jetzt gerade denn? Wir befinden uns echt in der ersten Stunde häufig in so Kulissen, die jetzt visuell nicht so wahnsinnig viel hergeben. Und die dazu noch manchmal von Dialogen geprägt sind, die ein bisschen schwierig sind. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich so ein Szenenende, in dem, ich glaube, Krimelt ist das sogar, die Hagen, glaube ich, etwas fragt und noch was fragt und dann beendet Hagen diese Szene mit, du solltest jetzt keine Fragen mehr stellen. Und da dachte ich echt so, cool, also im Theater heißt es wahrscheinlich, Wende, Publikum, Abtritt, Auftritt der Hirten. Im Kino funktioniert für mich sowas gar nicht. Also da dachte ich wirklich, das ist relativ faul, was Dialogregie angeht, geschrieben. Das war so einer meiner Kritikpunkte. Ja, ich finde auch, dass irgendwann mir auch aufgefallen ist, es wirkt auch teilweise wie eine Serie. Also es gibt wirklich Momente, wo es so Abblenden gibt, wo ich mir dachte, hey, wenn es eine Serie wäre, das wäre ein guter Cliffhanger, damit du in der zweiten Folge wissen willst, wie es weitergeht. Und auch, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass diese Serie, die kommen wird, der Film ist nur erweitert, weil da auch teilweise Sprünge drin sind, wo ich mir dachte, Leute, ihr macht das zu schnell. Ich bin ja ganz froh, dass es jetzt kein Sechs-Stunden-Film ist, aber warum ist plötzlich Island so wichtig, zum Beispiel? Oder eine andere Sache, der König hat zwei Brüder und der eine Bruder hat irgendwas mit einer Hand und plötzlich tut der Film so, als ob das total wichtig wäre und schon zigmal angesprochen wurde. Und ich sitze da und denke mir so, irgendwas fehlt hier. Und das hatte ich gleich öfters. Ja, total. Also ich hatte jetzt schon zum dritten Mal, kommt jetzt der Begriff, Napoleon. Und da haben wir damals in der Besprechung mit Schlogger und Max auch so ein bisschen gedacht, ja, das wirkt so wie ein großer, langer Teaser auf den Directors Cut. Jetzt, weiß ich, hast du den Directors Cut von Napoleon schon gesehen? Nee, noch nicht, nee. Okay, ich habe ihn mir, als ich krank war mit Corona, bitte Tränen jetzt hier ausgießen, habe ich ihn mir angeguckt in zwei Schichten und es war ganz häufig so die Frage bei mir im Kopf, war das jetzt schon eine Kinofassung oder ist das jetzt was Neues? Bei einigen Sachen war ich relativ sicher, bei einigen Sachen dachte ich, es sei eine Verlängerung. Es war aber nie so, dass ich das Gefühl hatte, okay, hier kommt jetzt was richtig völlig Neues. Also es werden völlig neue Aspekte genannt. Es werden Aspekte halt eher vertieft. Bei Hagen im Tal der Nibelung habe ich bei ganz vielen Situationen genau wie du das Gefühl gehabt, wieso, hallo, warum ist die Szene vorbei? Es ist doch, also ich nehme als Beispiel die Vorgeschichte zum König. Ich glaube nicht, dass Jörg Hartmann für die Screentime von, für mich waren es keine fünf Minuten in dieser Kinofassung, dass er sich dafür hat so herrichten lassen. Deswegen hoffe ich, dass die Serie diese ganzen Lücken auch schließen kann. Es fühlt sich am Ende des Tages wirklich eher wie so ein, also jetzt kommt das wieder, wie ein Teaser für die Miniserie an. Und das halte ich im Zeitalter von aussterbenden Kinobesuchen, also klar, du hast es ja vorhin richtig gesagt, die Deutschen gehen für zwei Sachen ins Kino. Das Drama des Herbstes und Komödien, 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 Komödien. Und seien wir ehrlich, in den letzten Jahren war auch das eher wenig. Dritte Kategorie vergessen haben wir besprochen, Kinderfilme. Kinderfilme, Buchreihenverfilmung gehen immer. Ich fürchte, dass der, also sollte sich das rumsprechen und Gott sei Dank steht das zum Beispiel in der IMDb nur als einziges wissenswertes Faktum, sodass es wirklich jeder sehen kann. Wenn alle wissen, davon gibt es bald eine Serie, fürchte ich, dass das dem Film selber das Genick brechen wird an den Kinokassen. Ist natürlich schön, dass die Serie quasi schon fertig ist, also man sich da jetzt nicht so a la Dune Part 1, Part 2 irgendwie Gedanken machen muss, ob die dann noch kommt. Ich finde es halt nur mal wieder schade, weil, wenn wir jetzt ganz konsequent sind, könnte man auch sagen, wozu dann überhaupt den Film, warum dann nicht gleich eine Miniserie. Ja, und ich finde halt auch, dass der, dass der in Anführungszeichen Film für mich auch einfach oft, zu oft auch aussah wie eine Serie. Du hast ja schon gesagt, diese Kulissen, ich finde die Kulissen an sich, die gehen in Ordnung für eine Serie. Für einen Film aber hatte ich das Gefühl, okay, wie oft wollt ihr mir diesen, diesen Hof-Innenraum nochmal zeigen, wo sie irgendwie trainieren oder so. Das fand ich wirklich schade und zu den Figuren kann ich noch anführen, hier die Gunthas, also die Königsmutter Ute, gespielt von Jördes Triebel, die am Anfang so eine Szene hat, wo ich dachte, oh okay, die wird noch wichtig sein. Und dann hat der Film und ich auch irgendwann vergessen, dass diese Figur überhaupt existiert. Ja, Ute ist der weibliche Uwe, ne? Die ist auch hier. Also die ist dann auch nur so, wie du schon sagtest, ey, du besetzt auch da wieder mit einer herausragend guten Schauspielerin. Spätestens seit Dark müssten das auch Leute, also die Sides der 40 wissen, also die jungen Kids, dass das eine coole Schauspielerin ist. Und dann hat die halt nichts zu tun in dem Film. Also das ist schon echt eine Enttäuschung gewesen. Ich möchte aber jetzt mal eine Sache ansprechen, die ich dem Film und vielleicht dann auch der Serie wirklich zugutehalten muss. Ich finde, dass der Hagen-Darsteller, Gis Naber heißt der werte Mann, ein Skandinavier, wirklich einen richtig guten Job macht. Wenn es einen Grund gab, warum ich selbst bei den ödesten Szenen dann trotzdem immer sehr gebannt auf die Leinwand gestarrt habe, dann lag es an ihm. Weil ich finde, dass er diesen Waffenmeister Hagen, also irgendwie hat er was. Er hat eine Ausstrahlung und die Motivation, die er verfolgt, denn er ist ja auch getrieben von so einer Art von Schuldbewusstsein und Ehrerfüllung. Und das, muss ich sagen, hat er gut rübergebracht, der Mann. Ja, finde ich auch. Also der ist das größte Plus dieses Films. Ich glaube, der ist Holländer, wenn ich es richtig weiß. Okay. Und das hat natürlich den Nachteil, dass er nachsynchronisiert werden musste. Allerdings haben sie das, wie ich finde, sehr natürlich hinbekommen. Also es wirkt manchmal fast so, als sei der Synchronsprecher. Und den Synchronsprecher, ich weiß seinen Namen leider nicht und habe ihn nicht recherchiert, aber den kennt ihr unter anderem als Synchronsstimme von Tute Aifur. Und den habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Also er hat so eine rauchige, kratzige, sehr markante Stimme. Und das ist extrem gut, weil das ist halt auf dem Arsch synchron, weil er mit Sicherheit beim Dreh halt auch, wahrscheinlich mit der Holnische Axel, aber er hat halt Deutsch gesprochen. Das sieht man an den Lippenbewegungen. Und der macht das richtig gut. Also das ist, finde ich, jetzt nicht das größte Plus oder fast das größte Plus, aber es ist schon herausragend gut gemacht, dass hier also dieses, ich habe das früher, wenn du dieses, wie John Malkovich spielt in so einer deutschen Produktion mit und du siehst so, okay, er ist synchronisiert und währenddessen, während sie mit ihm spielen, sprechen sie alle Englisch und dann synchronisieren sich Veronika Ferris und wie sie alle heißen selber und es sieht scheiße aus. Das machen sie hier, finde ich, richtig gut. Und dieser Gieß, der hat ein krasses Charisma, finde ich. Also, und das muss man sagen, Hagen läuft ja die meiste Zeit mit einer Art Augenklappe rum, hat also auch noch einen Teil des Gesichts verdeckt und es macht schon trotzdem was her. Also der hat so eine Maskulinität, sowas irgendwie was Griffiges. Das mochte ich richtig gerne. Ja, ich komme mal von dem einem ab des Films zu dem anderen Down, für mich zumindest. Jetzt gibt ja noch eine andere sehr wichtige Figur, nämlich der Siegfried, der Sigi. Und der wird halt, den hast du schon erwähnt, Jannis Niebwühner gespielt. Und ich möchte nicht sagen, dass der Herr das irgendwie schlecht macht, aber ich finde einfach, wie dieser Siegfried dargestellt wird, wie er gezeichnet wird. Ich hatte manchmal das Gefühl, okay, hier kommt der Rockstar aus Seattle, hat sich irgendwie nach Xanten irgendwie verirrt. Das war mir zu abgehoben, das war mir zu poserhaft, das hat für mich wirklich null funktioniert. Wie war es da bei dir? Ja, ich hatte eher so Nick Carter Backstreet Boys Vibes mit dieser Friese. Also wer das noch nicht gesehen hat in den Trailer und den Film sieht, er hat halt so einen Popo-Mittelscheitel und der fliegt halt so ins Gesicht. Es gibt auch eine Szene, wo er die Haare, glaube ich, geschnitten bekommt und man fragt sich, nächste Szene, war die Schere stumpf? Also hast du die gerade abgeschnitten? Die sind genauso lang wie vorher. Ich habe auch mit, also ich weiß ja, ich glaube hier, Kollege Gietchen findet den ja richtig geil. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit dem gar nichts anfangen. Ich mochte den schon in G's wie Karl gar nicht, lag aber auch ein bisschen am Film, selber fürchte ich. Deswegen habe ich ihm eine neue Chance gegeben. Ich fand ihn in Napoleon okay, war halt nett zu sehen, dass da ein deutsches Gesicht ist. Hier fand ich ihn irgendwie überfordert mit der Situation. Er soll ja einerseits so ein bisschen der coole, geile Held sein, verhält sich aber jetzt drehbuchbedingt halt auch teilweise gegenüber einigen Figuren echt wie ein Arschloch. Das muss man an der Stelle sagen. Und diese Arschloch-Momente habe ich dem Niewöner leider überhaupt nicht abgekauft. Ich fand, das wirkte, so wie du es auch schon sagtest, es wirkte so dargestellt und nicht geschauspielert. Es wirkt so gepost für ein gutes Posing, aber so was die Stimme so mit, ich finde im Vergleich dazu, wenn man so diese Synchronstimme von dem Hagen-Darsteller sieht oder hört und dann Jannis Niewöner sprechen hört und sein Schauspieleris sprechen hört. Reicht mir das einfach nicht und es wirkt nicht authentisch, es wirkt eher so gestellt, so theaterhaft fast schon. Ja, und ich finde es ja okay, wenn sie durchaus auch einen modernen Anstrich mit reinbringen, ja. Aber irgendwie wirkt diese Figur zu sehr wie so ein Außenseiter. Also wirklich, das wirkt mir zu modern. Ich sehe ja auch gerade das Poster vor mir und dann steht er da so letztlich mit dem Schwert über die Schulter und hat einen Mantel an, wo ich mir denke, damit könnte er auch ins Berghain gehen. Aber es passt für mich einfach nicht in diese Welt rein. Und ich muss auch sagen, es gibt so viele Aspekte, wenn es um die Figuren geht, die bei mir nicht aufgehen. Zum Beispiel finde ich, dass der König Gunther, ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand auch nur an der ein König ist, auch nur für drei Minuten. Das geht für mich nicht auf. Und da sind so ganz viele kleine Ecken und Kanten bei den Figuren, an die ich mich reibe, an denen ich mich störe, die dafür echt sorgen, dass ich dann da diese 130 Minuten im Kino saß und eigentlich nur dachte, boah, ich finde es ja echt gut, was ihr versucht hier. Das ist wirklich ehrenwert, aber es kommt bei mir meistens nicht an. Wir haben vor ein paar Monaten ja auch schon Genre-Kino besprochen, Schock unter anderem, den du auf dem Kolumb Filmfestival gesehen hast. Und wir haben, glaube ich, beide in der Besprechung gesagt, wie sehr wir es gut finden, wenn Deutsche mal Genre-Kino machen. Und das sehen wir hier in Anführungsstrichen Genre-Kino im Fantasy-Bereich. Und du hast aber das Gefühl, und das teile ich auch genau wie du, wir sehen so ein Best-of in Tüttelchen von anderen Stoffen, die besser gelungen sind. Ich habe so ein bisschen Northmen gesehen, ich habe so ein bisschen Game of Thrones gesehen, ich habe so ein bisschen was von natürlich House of the Dragon gesehen. Und das alles wirkt aber in sich gar nicht so stimmig. Und wenn wir jetzt diesen Gunther nehmen, ja, also wir kennen aus Game of Thrones auch König Joffrey, der halt so ein Arschloch-Lappen ist. Aber der ist halt auch gleichzeitig noch ein Arschloch. Hier fehlt mir halt dieser Aspekt drin. Der wirkt nicht wie ein, also er soll vielleicht so wirken wie ein kalkulierender Machtpolitiker. Aber immer ein gedenkter Tatsache, dass wir die Kinofassung gesehen haben, bringt das der Film irgendwie gar nicht so richtig rüber. Denn natürlich ist es auch da so, also der König kämpft natürlich nicht selber, der lässt kämpfen. Und das hat sein Vater zumindest, wenn wir diese kleine Vorgeschichte sehen, hat er das wohl getan. Und das wirkt schon mal auf dem, auf dem ersten Blick, wirkt das schon so ein bisschen unsympathisch. Wenn jemand also selber gar nicht zu Felde zieht, sondern das immer seine, seine Vasallen sozusagen machen lässt. Also mochte ich auch nicht so gern. Ja. Ähm, wie fandest du denn, waren die Fantasy-Elemente des Films umgesetzt? Denn ich sagte schon, dieser Tote Drache war für mich so der Money-Shot, warum ich den Film gucken wollte. Das, davon bekamen wir jetzt halt eher nicht so viel. Aber wie, äh, es gibt ja noch andere. Wir haben ja die, die Valkyren, wie gesagt, Eastland spielt ja auch noch eine Rolle. Wir haben den Zwerg Alberich, ähm, und andere Faktoren. Was sagst du zum, allgemein, wie der Film mit Fantasy-Elementen umgeht? Auch da echt Zwiegespalten. Also das mit dem Drachen ist wirklich grenzt an Etikettenschwindel, weil man den kaum zu Gesicht bekommt. Das mit dem Zwerg fand ich teilweise sogar recht gruselig. Aber ich bin ja auch relativ anspruchslos. Also ich bin ja eher so der männliche Schmucker. Timo, da bist du nicht der Einzige. Ich fand den auch gruselig. Also, oder sie, ist eine Schauspielerin, die spielt. Und was ich halt wirklich toll fand, das waren die besten Szenen im ganzen Film. Der spielt halt oft, also der Kameramann Philipp Peschlow ist das wahrscheinlich Grund, warum es so gut aussieht. Immer wieder mit dem Fokus. Du hast ganz oft Situationen, wo eine Figur Autofokus erscheint. Dann ist sie im Fokus. Dann geht die Kamera wieder ein bisschen zurück. Und dann wird plötzlich aus dem Zwerg Alberich ein Baumstamm oder so. Und das machen die relativ häufig. Und gerade dieser Alberich, wenn der halt in diesen dunklen Katakomben da rum sitzt, das fand ich auch gruselig. Das fand ich auch wirklich gelungen. Ja, ich fand das vor allen Dingen so, dieses Surreale dabei mochte ich sehr gerne. Das hatte dann jetzt so ein paar Horrorelemente. Da ist vielleicht sogar der eine oder andere Jumpscare, wenn ich mich noch richtig erinnere, dabei. Ist aber jetzt so verdaulich, dass es auch Zwölfjährige noch vertragen können. Das merkt man halt auch so ein bisschen im Film an. Also richtig ans Eingemachte, wenn es um die Schlachten geht oder wenn es um Gewalt geht, da ist er halt auch sehr zahm. Aber gerade bei dieser Figur gebe ich dir auch wieder recht. Erschreckend einstimmig heute hier. Da kommen wir später noch zu, warum das bei anderen Filmen anders ist. Faden wieder aufnehmen. Ja, die Zwergenfiguren oder die Zwergenszenen fand ich immer richtig gut gelungen, gruselig, weil sie auch immer passten von Einbindung her. Beim Drachen haben wir schon gesagt, eher nicht so, war einfach zu wenig. Die Walküren mochte ich, vor allen Dingen, also ich sag mal so, alles was auf Island passiert, fand ich auch visuell wirklich richtig gut. Also klar, Drone-Shots kann mittlerweile fast jeder, aber man muss sie halt auch machen. Und da etabliert er halt auch so eine Breite, da sieht man so ein bisschen Landschaften. Ich meine, das konnte Lone auch schon damals gut einfangen. Island sieht da einfach auch fantastisch gut aus und ist für Fantasy-Sachen ein dankbarer Drehort neben Neuseeland. Deswegen, das mit den Walküren fand ich richtig stark. Ich fand auch die, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, die Chef-Walküren sozusagen, die dann ja auch mit... Brunhild hast du doch, oder? Ja, richtig, genau. Die dann natürlich eine persönliche Verbindung zu Siegfried darauf weist, die dann immer wieder bei mir auch so ein bisschen Fragezei ausgelöst hat, auch da wieder hinsichtlich der Kinofassung, wie viel Tiefe die eigentlich bekommt im Vergleich zu anderen Dingen. Also ich hatte schon so das Gefühl, dass da auch... Also für mich kam da Siegfried einfach nicht gut weg bei dieser ganzen Geschichte. Und klar, dieser Roman von Hohlbein und jetzt dieser Film macht halt Hagen zum Helden. Ja, und Siegfried zu was eigentlich? Zum Anti-Helden, zum... Es ist eine gute Frage, aber er ist, also er versucht ein Anti-Held zu sein oder er soll so dargestellt werden wie ein Anti-Held, aber ein Anti-Held behindertet ja noch, dass du zumindest ein bisschen noch so an Sympathie hast. Ich, bei mir war es irgendwann so, wo ich dachte, ja gut, wenn die Walküren jetzt das schlägt, wäre es mir auch egal. Ich war wirklich voll Team Hagen und als Bösewicht eignet er sich aber auch nicht. Es gibt einen Moment in dem Film, es ist immer so interessant, ich will immer Serie sagen, aber es war ein Film. Da sind sie kurz vor einer Schlacht und dann macht Siegfried auf eigene Faust, zieht die einfach los und bringt damit seine ganze Gruppe, seine ganze Einde, die ganze Armee in Gefahr. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, daraus kann man wirklich was Interessantes machen, aber auch das lässt der Film relativ zügig fallen. Ja, weil er auch dieses... Also er könnte ja total gut dieses, ich meine, das hat jetzt Deadpool und Wolverine ja nicht gemacht, aber Logan zeigt ja schon so diese Schattenseiten des vermeintlich Unsterblichen und dieses Unzerstörbaren. Und Siegfried, es wird immer so ein bisschen angedeutet, als wäre er damit nicht ganz im Reinen, dass er quasi unbesiegbar ist, bis auf diesen kleinen Fleck, den man halt erwischen muss. Aber das sind dann so auch wieder Posen, also das sind so Shots, bei denen habe ich das Gefühl, die sind drin, um zu behaupten, dass Siegfried hier zweifelt. Aber wie ich kann, außer in Hagen lässt mich die Regie ja auch in keine Figur so richtig eintauchen, so richtig begreifen, wie die so tickt. Also Hagen ist natürlich auch, hat so diese rudimentären Charakterzüge, die aber immer funktionieren, ne? Loyalität, Treue, Prinzipientreue und so weiter. Bei Siegfried fragst du dich halt, okay, der soll so als Badass dargestellt werden, aber wie Badass kann man denn auch, also ist das Badass, wenn ich halt weiß, dass mir eh fast keiner was kann. Es sei denn, er kennt meine einzige Schwachstelle, die jetzt auch nicht so wahnsinnig groß ist. Das fand ich so ein bisschen schwierig, deswegen, ich glaube mittlerweile so, ich weiß gar nicht, ob es an der Besetzung lag. Ich glaube aber, dass der Fokus, wenn ich denn Hagen auch so in den Vordergrund stellen möchte, dass der weg muss von Siegfried und das tut der Film halt nicht. Weil er dann irgendwie doch noch bedienen möchte, dass so die Kenner der Vorlage und die Kenner des Nibelungen, die das doch nur so kennen, ey, wo ist denn jetzt der Siegfried, warum ist denn der so scheiße? Und da merkt man so, sie trauen sich nicht so richtig ran, Siegfried Ambivalenz zu geben. Das, was wir als negativ empfinden, sind zwei Aspekte. Das eine, was du schon sagtest, er ist halt manchmal auf so einem Ego-Trip, aber das ist er dann auf so einer zweiten Liebe auch noch. Nämlich, wenn es um sein Liebesleben geht. Und da ist er dann halt nicht treu seiner Krimhild ergeben, sondern ist halt ein fremdgeherisches A-Loch. Ja, und natürlich ist Hagen verliebt in Krimhild, das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen komplizierter. Aber da muss ich auch sagen, das war so irgendwann auch egal, weil, wie gesagt, irgendwann habe ich registriert, das ist nicht die Art von Fantasy-Film, die mir der Trailer versprochen hat. Ganz im Gegenteil, das ist sogar sehr weit davon entfernt. Und trotz allem bin ich froh, dass es diesen Film gibt. Das muss ich auf jeden Fall sagen, weil sowas ist halt nicht alltäglich bei uns in Deutschland. Das ist schon irgendwie traurig. Ja, total schade. Und dann fragt man sich natürlich, also man merkt dann ja, das Geld muss irgendwo herkommen. Und wenn dann natürlich ein, momentan muss man ja echt sagen, ein anscheinend ziemlich finanziell kleckernd und nicht kleckern, sondern ein finanziell klotzender Streaming-Anbieter wie RTL Plus da anscheinend sagt so, Konstantin, macht mal, wir geben euch so und so viel Geld. Wir wollen danach aber auch eine Miniserie daraus haben und nicht nur irgendwie, was weiß ich, der Film wird dann nach drei, vier Monaten bei uns erscheinen. Das ist natürlich mutig und das finde ich immer ganz cool. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob es dann nicht ein bisschen sinnvoller gewesen wäre, und das sagte ich vorhin schon einmal, diese Kinoauswertung eigentlich komplett zu lassen. Ich frage mich, für wen ist die denn jetzt was? Also diese Hassfrage von vielen in der Film-Bubble, für wen soll der Film eigentlich was sein? Naja, es wären halt die Leute, die Game of Thrones mögen, die Herr der Ringe mögen, die vielleicht das Nibelungenlied kennen, die vielleicht den Hohlbein-Roman kennen. Die würde ich aber fast alle unisono vermuten, gehen aus dem Kinobesuch eher enttäuscht raus, weil sie Dinge bekommen, die sie woanders besser, wertiger sehen. Ich finde auch gerade so, was die Schlachten angeht, also da merkt man ein bisschen die finanziellen Limitierungen. Also die sind halt echt kurz, also man kann kurz und knackig inszenieren, das schafft Game of Thrones an der einen oder anderen Stelle total, aber jetzt nehme ich mal so eine herausragende Episode wie die Schlacht der Bastarde und vergleiche das mit jeder Schlacht aus Hagen im Tal der Nibelungen. Und das zieht gegen alles den Kürzeren, gegen Gladiator, gegen Herr der Ringe, gegen Game of Thrones, auch gegen sonstige Sachen, vielleicht sogar, das muss Dom sagen, vielleicht sogar gegen Rings of Power, ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich alles, nicht nur eine Nummer kleiner, sondern vielleicht sogar zwei Nummern kleiner. Und das finde ich dann wieder schade, weil, wie ich schon anfangs sagte, der Stoff an sich gibt epische Schlachten, epische Auseinandersetzungen auch in Dialogen echt her. Da müssten kompetentere Hände eigentlich richtig was gut mit anfangen können. Ich bin, ich weiß nicht wie es dir geht, dennoch ein bisschen gespannt auf die Serie, weil ich von der Struktur des Films her schon das Gefühl habe, also ich vergleiche es mal mit den Marvel-Serien, die wirken manchmal wie ein zwei Stunden Film in fünf Episoden zerschnitten. Da ist keine Seriendramaturgie drin. Und ich finde, du merkst Hagen im Tal der Nibelungen schon an, dass da eine Seriendramaturgie hinter steckt und die dann in den Film gepresst wurde. Denn, das haben wir beide auch schon gesagt, da sind Szenen dabei, die enden und du denkst, okay, ich will aber wissen, wie es weitergeht. Also, das würde ich jetzt gern vertieft haben. Und ich bin sehr gespannt, welche Struktur sie da wählen. Ob sie da mit Sprüngen arbeiten, also, dass sie nach vorne, nach hinten springen während der Episoden oder ob sie es quasi linear stringent erzählen und von hinten nach vorne. Bin ich sehr gespannt. Tatsächlich, ich gar nicht so. Also, du hast ja schon gesagt, wir beide haben den Film vor einiger Zeit bereits gesehen und als ich da aus dem Kino rausgekommen bin, war ich nicht sauer, aber sehr ernüchtert. Und es gibt ja noch keinen offiziellen Starttermin, jetzt wo wir das aufnehmen. Und ich nehme mal stark an, das soll wohl im Frühjahr soweit sein, aber es wird darauf hinauslaufen, wie erfolgreich der Film ist. Und ich möchte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich gehe nicht davon aus, dass der Film so ein großer Hit werden wird. Ich glaube sogar, dass er vielleicht sogar eher untergehen wird. Ich wünsche es ihm nicht, aber ich glaube, das wird so kommen. Und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt hier sitze und denke, boah, ich bin mal gespannt, wie jetzt die Serie das macht und was da neu erklärt wird. Ich weiß es nicht, für mich wirkt es so, also, ich kann verstehen, warum sie es machen, weil letztlich ist dieser Film, wie hast du es schon erwähnt, wie Napoleon, so eine Art Trailer. Und in dem Fall ist es halt einfach ein großer Schwäder, um die Leute dann vermutlich auch auf RTA Plus zu ziehen, wenn Stefan Rapp allein nicht hilft. Aber unfassbar, oder? Ja, unfassbar, wirklich. Verstehen Sie. Aber ich bin da einfach irgendwie raus, merke ich einfach. Ich will nicht sagen, dass die Serie scheiße wird, das möchte ich mir nicht hier rausnehmen, aber ich habe da einfach irgendwie null Interesse. Weil wenn der Film schon nicht bei mir auslöst, dass ich wirklich zufrieden bin, ich bin einfach über 40. Ich habe nicht mehr so viel Zeit im Leben hier, ich kann mich nicht, weißt du? Unfassbar, oder? Ja, es tut mir auch wirklich leid, weil da sind auch, wie gesagt, viele Elemente drin, die auch gut funktionieren und wo ich zumindest sage, sie haben es versucht. Aber alleine halt dieser Sprung einfach, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber irgendwann war das Thema Walküren da irgendwie drin. Und dann waren sie plötzlich auf Island und ich dachte mir so, ihr habt es nicht mal jetzt geschafft, irgendwie für zwei Minuten ein bisschen genauer zu erklären, warum sind die jetzt in Island? Das ist echt schade. Oder die ganze Sache mit dem Drachen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Diese Backstory von diesem Drachen, das wirkte auch wieder so, komm, wir machen es so ein bisschen wie bei den ganzen anderen. Also die versuchen, sagen wir es wie es ist, die versuchen halt aus der Nibelungensaga ein Franchise zu machen. Ja, und sie verlassen sich sehr darauf, dass es zumindest eins von beiden gekannt wird, dass man zumindest so, ich sag mal so, die Tropen der Nibelungensaga kennt oder halt den Hohlbein-Roman gelesen hat und dann so das so voraussetzen kann. Ich weiß nicht, das erinnert mich an so diese 0815 Literaturverfilmung, wo du so denkst, das ist gemacht worden, damit sie noch ein bisschen, also wie eigentlich jede Literaturverfilmung, aber es gibt ja richtig gute Literaturverfilmung und es gibt halt so Dinge, wo du merkst, was ist das denn hier, so diese Tommy-Jaut-Verfilmer, so was wie Vollidiot und so. Die sind halt nicht lustig, weil die Romane lustig sind, aber nicht von guten Produzentinnen, Schauspielern und Drehbuchautoren dann adaptiert wurden. Ja, die ist es halt genauso. Also ich finde es halt schon schade, dass man diese, also nehmen wir noch ein zweites Beispiel, also ich gebe dir bei dem, was du sagst, ist recht, aber hier wären, qua Vorlage, wäre Potenzial zumindest, wenn es ums Original-Nibelungenlied geht, für starke Frauenfiguren. Also Brunhild und Krimhild und auch Krimhilds Mutter sind per se starke Frauenfiguren. Daraus macht der Film gar nichts. Also Krimhild ist halt da, Krimhild ist total verschossen in den Backstreet-Boy Siegfried und ist halt pisst, wenn Siegfried mal wieder fremd geht und gibt dann irgendwann Spoiler-Alarm. Ihr okay für etwas, was wir alle eigentlich auch, also selbst wenn wir die Vorlagen nicht kennen würden, kannst du es halt gegen den Wind halt riechen, weil es was passieren wird. Und das ist halt so schade. Das muss man nicht vergessen zum Thema starke Frauenfiguren, aber die Brunhild ist eine Mercure und hat rote Haare und voll die krasse Kriegsbemalung. Ja, hier so ein bisschen Bria Fontana und so ein bisschen... Und sie redet nicht. Ich weiß nicht, ich hab den Northmen, es ist schon lange her, ist nicht Kidman und Anya Taylor-Joy sind die nicht auch so ein bisschen so in The Northmen, hab ich sie gesagt, in The Northmen gezeigt? Ja, Kidman ist seine Mutter und die Anya Taylor-Joy ist auch diese Sklave, die mit ihm flieht, meine ich. Und die sehen aber auch so ein bisschen so aus, sie sind ja auch eher so, es sind ja eher dürre Gestalten, also als Damen. Dürre, nicht böse gemeint, sondern eher so zierliche Personen, nicht? Zierliche Körper, sagen wir es mal so. Und irgendwie, weiß man ja auch so, im Mittelalter war es eigentlich ein bisschen anders, aber egal. Oder zumindest häufiger. Und deswegen finde ich es so schade, dass der Film diese Chance sich entgehen lässt. Also die Brunhild könnte eine richtig Badass-Mischung und sie sieht ja auch manchmal so ein bisschen aus wie Furiosa, finde ich. Das könnte sie sein. Und Kimmel könnte so, ich sag jetzt nicht die Braut aus Kill Bill sein, aber die könnte schon deutlich stärker gezeichnet sein. Denn hier wirkt sie halt so ein bisschen wie als Love-Interest für Hagen, der es aber nicht lieben darf, weil er ja so treu ist und das nicht sich ziemt für einen Waffenmeister. Und Siegfried, ja, also warum will er eigentlich, man fragt sich ja, also man muss das dazu sagen, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, müsst ihr uns kurz weghören. Siegfried bittet doch um die Hand von Krimel, die wird ihm ja nicht angeboten, sondern das ist seine Bedingung. Und man fragt sich eigentlich, warum denn eigentlich, was findest du denn an der, die ist, ja die ist hübsch, aber was hast du denn davon, wenn du eigentlich doch, und das finde ich macht der Film ja relativ deutlich, dass du die gar nicht liebst. Also das ist ja eher doch so eine, und wenn es ein Zweckbündnis sein soll, wie man das früher halt so gemacht hat, du heiratest da, die und ich heirate den und dann sind wir alle verbandelt, ne, kennen wir auch aus Napoleon. Dann denkst du, okay, davon hat Siegfried ja aber gar nichts, weil der ist ja so eine Art Söldner, würde man heutzutage sagen. Also so, ich glaube Tagelöhner hieß das früher, ich weiß es aber nicht. Deswegen fand ich es vieles, es wirkt vieles so unmotiviert, finde ich. Es wirkt, also der Siegfried wirkt auf mich auch immer so wie jemand, der halt weiß, dass er alles haben kann und das ermüdet ihn halt oder es langweilt ihn. So habe ich es eben auch gelesen mit, äh, mit der guten Krimhild. Ähm, was ich, welche Frage ich ganz spannend finde und ich habe die Antwort darauf nicht, aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wir haben ja schon gesagt, es gibt ja durchaus so Schauwerte wie jetzt Schlachtzenen oder auch so den einen oder anderen Drachen, also wie gesagt, dezent, Drachendezent, die Idee. Ähm, warum glaubst du, ist davon nur so wenig im Film gelandet? Ist es einfach ein Mangel des, des Finanziellen oder fehlt vielleicht einfach bei uns in der Filmlandschaft das Verständnis für sowas, wie man so etwas richtig umsetzt? Uh, das ist eine schwierige Frage. Es gäbe ja auch noch Option 3, dass das quasi für die Serie aufgehoben wird, so als Schmankerl. Boah, das wäre, das wäre richtig übel. Das wäre dumm halt, muss man auch mal sagen. Also, wenn man dann schon so, so Advertise, also wirbt damit und es dann nicht zeigt. Aber korrigier mich, wenn es falsch ist, jetzt ist Game of Thrones ja immer sehr offensiv werbend auf verschiedenen Blu-ray-Covern, auch wahrscheinlich mit den Drachen. Aber für mich war jetzt bei Game of Thrones, waren die Drachen nie so das absolute Highlight. Und es waren diese Intrigen, es waren diese Machtspiele, es waren Schlachten, etc. House of the Dragon habe ich ja noch nicht gesehen, bis auf eine Folge, bei der ich eingeschlafen bin. Ich weiß gar nicht, ob wir das in Deutschland dann nicht so nutzen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist eine Melange aus vielleicht allem Dreien. Also, ich glaube schon, dass man sich ein bisschen was für die Serie aufhebt. Damit kann man dann ja auch nochmal gut werben. Dann glaube ich wirklich, dass die finanziellen Mittel sich doch im Vergleich zur internationalen Produktion, sagen wir mal so, etwas unter im zweistelligen Bereich halten werden und nicht, also ich würde mal vermuten, dass Hagen im Tal, den die Ballon ungefähr so viel gekostet hat, vielleicht wie zwei Folgen House of the Dragon maximal. Ja. Also, wenn man, guckt euch Expendables 4 vielleicht nur die letzten zwei Minuten an, wo der Helikopter ins Wasser fällt. Oder ist es ein Helikopter oder ist es ein Suchbild, man weiß es nicht. Deswegen, ich fürchte, es ist irgendwie also eine Melange aus Dreien. Denn ich hatte ja auch, du hattest das ja eingangs erwähnt, den Jerry-Cotton-Film kenne ich noch nicht, aber ich habe Neues von Wichser damals im Kino gesehen und ähnlich wie der Vorgänger. Das sieht halt nach Kino aus. Also, das sieht halt schon so aus, einerseits wie die alten Edgar Wallace-Filme und die waren halt immer relativ begrenzt, was so Außenaufnahmen angeht, aber das sah schon nach Kino-Tauglichkeit aus. Und hier haben wir echt eine Mischung. Also, bei einigen Szenen, gerade die erste Stunde würde ich abhaken, als ist eine Serienfolge und alles auf Island, finde ich, ist komplett Kino. Und das ist halt so ein unausgegorener Mix, der einfach schade ist. Also, wir haben natürlich jetzt irgendwie sehr negativ das vielleicht besprochen und eher viele negative Aspekte herausgehoben. Aber es ist ja auch einfach so, die positiven Aspekte sind überschaubar und die negativen fallen einem doch deutlich stärker ins Auge. War zumindest bei mir so. Nee, bei mir ist es auch so. Das Einzige, was für mich so den Film so ein bisschen nach oben wuchtet, ist halt einfach, dass ich dankbar bin, dass es auch sowas mal gibt aus Deutschland, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Ich mag auch mein deutsches Drama, das mir zu Herzen rührt. Ich mag auch manchmal eine deutsche Komödie. So ist es jetzt nicht. Aber ich habe halt das Gefühl, dass das deutsche Kino nur noch daraus besteht. Und dann tut sowas wie Hagen echt ganz gut. Allerdings, wenn es jetzt wirklich darauf hinausläuft, dass es letztlich nur ein überlanger Werbeclip ist für eine Miniserie auf einem Streamingdienst, dann denke ich mir auch so, oh, das ist schade eigentlich. Weil die Vorlage, also was heißt die Vorlage, also das Buch von Wolfgang Holbein habe ich nicht gelesen, aber alleine worauf der sich bezieht, das Lied der Nibelungen, bietet halt seit Jahrzehnten eigentlich wirklich Futter für gute Fantasy-Vorlagen. Und es wäre halt wirklich, oder es ist schade, dass Hagen jetzt im Teil der Nibelungen, seien wir ganz ehrlich, wir werden in vermutlich zwei Jahren keinen Gedanken mehr diesen Film verschwenden. Ne, da ist die Schnellliebigkeit im Business einfach bei Flops auch unnachgiebig. Also da reden halt nur noch Leute drüber, die sich darüber aufregen wollen, wie schlecht die sind. Oder halt gar nicht. Und ich fürchte, den Film wird, wenn die Serie jetzt nicht es komplett herausreißt und sozusagen wirklich den Teaser für die Serie geliefert hat, wenn die Serie das aber nicht rausreißt, dann wird das nichts. Und das ist natürlich schade. Die Frage habe ich schon mal gestellt, ich weiß halt nicht, warum das dann überhaupt ins Kino kommen muss. Ist die Konstantin darauf erpicht, dass sie da noch ein bisschen als Verleiher was einnimmt? Ich habe keine Ahnung. Es wird sich ja wirklich, also war ja auch, also du kannst ja nicht werben mit dem Tadelkommissar als jemand, der fünf Minuten Screentime hat oder mit einem holländischen Darsteller, der die Hauptrolle spielt. Der hat halt, wie gesagt, das ist ein komplett, das ist für mich eines der größten Pluspunkte dieses Films. Ist der Hauptdarsteller, aber den kennt halt keine Sau. Damit kannst du nicht bewerben. Und wenn du dann mit dem Niewöhner bewirbst, dann musst du ehrlich sagen, ja, das ist zwar Sigrid, aber das ist nicht der Hauptpunkt, sondern das ist dieses Mal eher so der, der pseudoambivalente Anti-Held. Und das ist er halt irgendwie nicht. Deswegen, ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Und meine noch eine ganz heiße These, ganz ehrlich, wer interessiert sich überhaupt für den Streaming-Dienst RTL Plus? Mal ganz ehrlich. Was ist denn da los, meine Damen und Herren? Wo kommt denn die Schärfe her, hä? Ja, ich meine, sorry Stefan, das hart zu sagen, ich habe deine neue Sendung nicht gesehen und werde sie mir auch nicht ansehen, aber ich habe halt schon das Gefühl, so im Tal der Streaming-Dienste, muss man es mal so auszudrücken, spielt RTL Plus eine ähnlich große Rolle wie Join. Nein. Und, also es ist immer so, der Versuch so gegen die großen Netflix, Prime, Video, Disney Plus und von mir jetzt auch Sky und Wow anzukommen, aber tut mir leid, ich finde, dass RTL Plus aktuell und auch davor nicht wirklich viel gemacht hat, damit ich mir denke, boah, ich muss mir RTL Plus holen. Oder ist da irgendwas drauf, was außerhalb meiner Reichweite ist? Ja, erst Fußball, Entschuldigung, das ist natürlich stumpf, wie ich bin, dann hatten die mal die Peacemaker-Serie, aber die ist, glaube ich, mittlerweile bei Prime auch zu sehen. Und was ich im Vergleich zu Join, das weiß ich aus dem Haushalt hier zu Hause, Join ist ja zumindest so gelagert, dass du mit einem kostenlosen Abo den Livestream von ProSieben und Sat.1 sehen kannst, das kannst du mit RTL Plus nicht, da musst du auch schon dafür bezahlen. Das ist schon krass, also, die Advertisen ja total groß gerade, also, jetzt nehmen wir mal Herrn Raab raus, der da irgendwie, was habe ich gehört, wie viel der für die fünf Jahre kriegt? Zu viel. Waren es 40, nee, es war mehr sogar, glaube ich, also ich habe von dem Kollege Schreck hat eine Zahl gehört, ich habe sie aber vergessen, ich weiß es nicht mehr, aber es war hoch zweistelliger Millionenbetrag. Und das dachte ich, klar, auf fünf Jahre und habe mir dann auch die Frage gestellt, wenn ich das Spielprinzip richtig verstanden habe, kann man da ja immer jede Woche eine Million gewinnen, wenn er halt immer verliert, ist halt schon doof, aber ich weiß halt nicht, ob er das selber bezahlen muss. Nee, keine Ahnung, also ich bin, was RTL Plus angeht, ich finde, nochmal, diese Lösung, dass man Filme bekommt, die sonst nicht erscheinen würden, siehe zum Beispiel Killers of the Flower Moon, wo einfach Scorsese keinen Verleiher findet, der eben 200 Millionen für so einen Stoff gibt. Und dann sagt, ja gut, dann mache ich das halt mit Paramount als Kinoverleiher und mit Apple TV oder Apple Original Films vielmehr mache ich das über Finanzierung. Das finde ich ja total gut. Aber hier hätte ich jetzt mal gesagt, wenn du als Konstantin gesagt hättest, komm, wir geben euch 20 Millionen oder 15, mach daraus einen netten Fantasy-Film oder einen netten Mittelalter-Schlachtenfilm, dann kannst du den Fantasy-Aspekt ja auch so ein bisschen, ne, dann, du könntest es ja etablieren, dass Secret einfach schon so ist, wie er ist. Also, dann erzählst du, wieso bist du eigentlich unsterblich oder wieso bist du unbesiegbar? Und dann erzählt er dir ja, dass er den Drachen getötet hat und fertig. Also, dann machst du mal Show-Don't-Tell, weil es aus Kostengründen besser ist. Aber so wie hier, ich glaube nicht, dass, also, ich vermute mal, dass Fußball und Stefan Raab doch größere Argumente sein werden, um RTL Plus zu abonnieren, als jetzt Hagen im Tal, Danny Belong, eine Miniserie von den Machern von Neues vom Wichser. Wenn das auf dem Poster stehen würde, wäre es lustig. Ja, oder, also, Herr Berben ist natürlich vom Produzenten von Der Untergang und fügen Sie hier einen der großen Stoffe der letzten 15, 20 Jahre ein. Ist ja schon okay. Also, nichts gegen Oliver Berben. Auch der, der hat halt ein großes Gespür für Stoffe, aber sind wir auch da ehrlich, es sind ja auch sehr häufig Buchverfilmungen oder Literaturverfilmungen, siehe, er ist wieder da und Co. Da nimmt er halt Stoffe, die schon etabliert sind oder, 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 wo man zumindest adaptieren kann, was kreativ Neues ist da ja auch nicht so häufig dabei. Ja. Also, ich wünsche dem Film trotz allem meiner Kritikpunkte, dass er ein Erfolg wird. Vielleicht haben wir sowas wie vor 10, 15, 20 Jahren bei Krabat, der ja auch wirklich recht erfolgreich war. Vielleicht wird es aber, wie gesagt, so ein Großprojekt, was wieder untergeht, sowas wie, wie hieß er, Narzisst und Goldmund, glaube ich, der ist ja auch ziemlich untergegangen. Willst du aber mal den, den, den besten Gag aus Hagen hören, den ich gerade eben wirklich entdeckt habe? Das, das Allerbeste an Hagen ist nämlich, wer für das Casting zuständig war, nämlich eine werte Frau namens Daniela Tolkien. Nein. Doch. Was? Meine Frau. Wer hätte es gedacht? Ja, Nomen ist Omen. Also, gut, Casting war jetzt eher, hm. Also, Hauptdarsteller toll gecastet, danach hatte sie wahrscheinlich keine Zeit mehr. Genau, danach musste sie, äh, unsere Recaps von Rigs of Power hören, das dauert einfach eine gute Zeit. Das, das kostet, äh, Zeit. Ja, alles klar. Ähm, Timo, ich hab auf meinem imaginären Zeitpunkt nichts mehr stehen zu Hagen im Teil der Nibelungen. Wie sieht's bei dir aus? Nö, ich auch nicht. Ich, äh, biege auch gleich schon Richtung Fazit ab. Äh, kann man das so sagen, Fazit abbiegen? Ja. Äh, äh, wer Fantasy-Stoffe mag, der wird hier sicherlich ein bisschen enttäuscht rausgehen. Äh, geht aber mal ins Kino. Also, um selber sich ein Bild zu machen, hab ich vor kurzem auch schon bei Joker, Folie, Adieu gesagt. Ist aber nicht so dahingesagt, sondern ist wirklich so. Wir können jetzt 50 Minuten reden, wie schlecht oder wie gut oder wie mittelmäßig oder wie sonst was ein Film ist. Ihr müsst euch immer selber ein Bild machen. Wir, unser Bild ist halt nicht so ganz positiv, weil wir, das, oder ich zumindest, ich fand's halt fragmentarisches Stückwerk. Da sind Ausschnitte aus einer vermutlich doch etwas interessanteren Miniserie dabei. Hauptdarsteller ist toll. Musik fand ich auch noch ganz gut, muss ich sagen. Also, da achte ich ja auch noch mit einem halben Uhr mehr immerhin. Bilder in Island waren toll. Siegfried-Darsteller, für mich fast schon an der Grenze zur Fehlbesetzung. Leider die starken, auf dem Papier starken Frauenfiguren nicht stark sein lassen. Und somit, ja, Hagen im Tal, der nie belungen. Vieles abgehakt, aber leider kein großer Kinostoff. Aber geht trotzdem ins Kino. Ist ein Widerspruch, aber das Leben ist voller Widersprüche. Das stimmt. Ja, ich bin da eigentlich ziemlich genau bei dir. Bei der Musik kann ich nichts zu sagen, weil ich höre bei der Musik und Film ja eigentlich nie richtig zu. Ich würde dem Film noch würdigen für seinen durchaus ambitionierten Ansatz, dass sie mal wirklich versuchen, was anderes zu machen. Er hat ein paar nette visuelle Details. Hauptdarsteller hast du schon gesagt. Und wenn er halt Schauwerte liefert, sind die auch gut, aber davon hat er einfach zu wenig. Und ja, wenn euch das nur im geringsten interessiert, geht ins Kino. Aber ich wäre euch auch nicht böse, wenn ihr jetzt sagt, ach wisst ihr was, wir warten bis zum Frühjahr vermutlich, wenn dann die Miniserie kommt, die glaube ich sechs Teile haben soll. Was interessant wird, wenn das dann sechs Teile eine Stunde sind, dann ist es echt wirklich viel, was sie dann dazu fügen. Wenn man bedenkt, dass der Film jetzt minus Abspann mal so zwei Stunden geht. Gut, wir machen den Deckel zu. Wir beerdigen den Drachen. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, den Teile-Stammtisch gibt es überall dort, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.teile-stammtisch.de. Und wenn ihr so richtig, ja, richtig cool sein wollt, wie der alte Siegfried von Xanten, dann kommt unbedingt mal auf unserem Community-Server bei Discord vorbei, tete-stammtisch-discord. Da könnt ihr mit uns, auch mit dem Onkel Timo, über Filme und Serien diskutieren. Wir reden auch ein bisschen über Comics, über Trailer, über alles, was das Nerdtum und die Popkultur gerade so hergibt. Ihr seid herzlich eingeladen, kostet auch nichts, außer eure Seele. Aber sagen wir ehrlich, was für eine Seele wäre, wenn man dafür mit tollen Leuten abhängen kann. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich sage vielen Dank an dich, Timo. Ich sage tschüss und Timo, die letzten Worte dieses Podcasts gebühren dir. Ja, auf dem Community-Server könnt ihr zum Beispiel Stu mal fragen, warum er Transformers 1 nicht so gerne mochte, wie Zero und Manu, die den besprochen haben. Und ich selber fand den auch recht gelungen. Ihr habt halt einfach einen scheiß Filmgeschmack. Das ist ein schönes Schlusswort. Tschüss. Ja, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.